Hanna Shigula, eine der bemerkenswertesten Schauspielerinnen ihrer Generation, führte ein Leben voller Höhen und Tiefen. Dieses Video taucht ein in die bewegende Geschichte dieser talentierten Künstlerin, die die Herzen vieler Menschen eroberte. Die Kindheit von Hanna Shigula war geprägt von den Schatten des Zweiten Weltkriegs. Sie wurde am 25. Dezember 1943 in Königshütte in Schlesien geboren. Und dieser turbulente Zeitraum sollte ihr ganzes Leben beeinflussen. Als Shigula auf die Welt kam, tobte der Zweite Weltkrieg in Europa. Die Region Schlesien, in der sie geboren wurde, war von Konflikten und Unsicherheit gezeichnet. Die Familie Shigula sah sich gezwungen, vor den heranrückenden Truppen zu fliehen und in den Westen Deutschlands zu flüchten. Diese Flucht war ein traumatisches Erlebnis, das die Familie für immer prägen sollte. Nach ihrer Ankunft im Westen Deutschlands musste sich die Familie Shigula in einer neuen Umgebung zurechtfinden. Die Nachkriegsjahre waren geprägt von wirtschaftlichen Schwierigkeiten und dem Wiederaufbau des Landes. In dieser Zeit begann Hanna Shigula ihre ersten Schritte auf dem Weg zur Schauspielerei zu unternehmen. Schon in jungen Jahren zeigte Shigula großes Interesse an der Schauspielkunst. Sie nahm Schauspielunterricht und entwickelte ihre Talente. Es war jedoch kein leichter Weg, in der Unterhaltungsindustrie Fuß zu fassen, besonders für eine junge Frau aus bescheidenen Verhältnissen. Hanna Shigula, die in ihrer Kindheit und Jugendzeit viele Herausforderungen überwinden musste, erlebte schließlich ihren Durchbruch im Filmgeschäft, der den Grundstein für ihre bemerkenswerte Karriere legte. Shigulas Talent für die Schauspielerei wurde von niemand geringerem als Rainer Werner Fassbinder entdeckt. Fassbinder war ein visionärer deutscher Regisseur, der für seine innovativen Filme und seine Fähigkeit, tief in die menschliche Psyche einzudringen, bekannt war. Als Hanna Shigula traf, erkannte er sofort ihr Potenzial. Die Zusammenarbeit zwischen Shigula und Fassbinder wurde zu einer der bedeutendsten Partnerschaften in der Geschichte des deutschen Films. Fassbinder besetzte Shigula in zahlreichen seiner Filme und diese Zusammenarbeit führte zu einigen der wichtigsten Werke ihrer Karriere. Gemeinsam schufen Shigula und Fassbinder Filme, die die Gesellschaft in den 70er Jahren spiegelten und oft unbequeme Wahrheiten enthüllten. Filme wie Die Ehe der Maria Braun und Lola wurden zu Meilensteinen des neuen deutschen Films und machten Shigula zur Ikone einer Ära. Die Filme, in denen Shigula mitspielte, zeichneten sich oft durch starke weibliche Hautfiguren aus. Sie verkörperte Frauen, die sich in einer von Männern dominierten Welt behaupteten und brachte deren Stärke und Verletzlichkeit gleichermaßen auf die Leinwand. Durch ihre Zusammenarbeit mit Fassbinder erlangte Shigula nicht nur in Deutschland, sondern auch internationale Anerkennung. Ihre Leistungen wurden auf renommierten Filmfestivals wie Cannes gewürdigt und sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen für ihre herausragenden Darstellungen. Während dieser Dekade erreichte Shigula den Höhepunkt ihres Ruhms. Ihre Darstellungen in Rainer Werner Fassbinders Filmen brachten ihr nicht nur nationale, sondern auch internationale Anerkennung ein. Sie wurde zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen ihrer Generation. Ihre außergewöhnlichen schauspielerischen Fähigkeiten wurden mit zahlreichen Preisen belohnt, darunter der silberne Bär der Berlinale und der Preis für die beste Schauspielerin beim Filmfestival in Cannes. Diese Ehrungen würdigten ihre Leistungen und festigten ihren Status als Filmikrone. Trotz des Glanzes und des Erfolgs fühlte sich Shigula oft einsam und entfremdet. Der Druck des Rampenlichts und die hohen Erwartungen von Fans und Kritikern setzten ihr zu. Sie begann die Kehrseite der Berühmtheit zu erleben, die oft von Isolation und emotionaler Belastung geprägt ist. Ihre persönlichen Turbulenzen spiegelten sich auch in ihrem Verhalten wider. Shigula kämpfte mit inneren Dämonen und suchte nach Wegen, mit den Herausforderungen des Ruhms umzugehen. Diese Phase ihres Lebens war von Unsicherheit und Selbstzweifeln geprägt. Inmitten ihres beruflichen Höhenflugs und des Ruhms erlebte Hannah Shigula eine der herzzerreißendsten Tragödien ihres Lebens, nämlich den Verlust eines geliebten Menschen. Dieses Ereignis sollte einen tiefen Einfluss auf sie ausüben und ihre Karriere und Persönlichkeit für immer prägen. Während einer Reise die Shigula unternahm, um sich von ihrem hektischen Arbeitsleben zu erholen, ereignete sich das Unglück. Ein geliebter Mensch, dessen Nähe ihr Trost und Freude schenkte, wurde aus ihrem Leben gerissen. Die genauen Umstände dieses Verlusts sind oft privat geblieben, doch die Auswirkungen waren allgegenwärtig. Der Verlust dieses geliebten Menschen stürzte Shigula in eine Phase tiefer Trauer und Verzweiflung. Der Schmerz, den sie empfand, war überwältigend und unermesslich. Die Welt schien plötzlich eine düstere und sinnlose Ordnung anzunehmen. Der Verlust dieses geliebten Menschen hinterließ eine dauerhafte Lücke im Leben von Hannah Shigula. Obwohl sie im Laufe der Zeit neue Erfolge erzielen und persönliche Triumve feiern konnte, war die Erinnerung an diesen Verlust immer präsent. Es war ein Schmerz, den sie nie vollständig überwinden konnte. Das Leben von Hannah Shigula war geprägt von Höhen und Tiefen, von Erfolgen und Tragödien. Sie war eine außergewöhnliche Schauspielerin, deren Talent und Hingabe die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt eroberten. Trotz der Einsamkeit der Berühmtheit und des schmerzlichen Verlust eines geliebten Menschen, fand sie die Kraft, sich immer wieder neu zu erfinden und ihre Kunst zu perfektionieren. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass hinter jedem Lächeln, das auf der Leinwand erstrahlt, eine komplexe und facettenreiche Persönlichkeit steckt. Hannah Shigula wird für immer in unseren Herzen und in der Geschichte des Films weiterleben. Möchten Sie mehr über herausragende Persönlichkeiten wie Hannah Shigula und ihre bewegenden Geschichten erfahren? Dann abonnieren Sie unseren Kanal, um keine unserer faszinierenden Geschichten zu verpassen. Wie immer vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.